Da kommen die Lucien. Lena hat immer noch keine Lust, irgendwas zu machen. Das ist ein schöner Anblick. Sie arbeiten alle 5. Es haben ja gar kein Eisen mehr da. Ich hoffe, das macht nichts aus. Normalerweise sollte es trotzdem noch respawnen können, sonst hätten wir eigentlich kein Problem. Okay, das Eisen respawned noch. Da Lucien Angriff kam, das heißt wir können theoretisch jetzt dann hinunter gehen und bauen. Bereit für den Kampf. Gebt das Zeichen. Gebt das Zeichen. Das heißt, wir überschreiben unser Backup. Hier, folgt mir. Für die Freiheit. Schnell. Mir nach. Dann los. Okay, es kommen wirklich nur noch eins vereinzelte Gegner. Ärmel hoch und los. Wir sind bereit. Und los. Aber ja, Trolle sind da immer noch genug. Zur Ehre Aonius. Vorsicht, Gegner. Sind auf Feinde gestoßen. Erwarte euer Kommando. Feinkontakt. Zu Diensten. Verfügt über mich. Vorsicht, sie sind hier. Ja, vorwärts. Der Greif wartet schon. Sofort. Okay, es sind noch einige Sandtrollen hier. Verfügt über mich. Dort entlang. An die Arbeit. Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? Kein Problem. Ärmel hoch und los. Was wünscht ihr? Schon auf dem Weg. Wird sofort erledigt. Jawohl. Okay, wir haben jetzt Gott sei Dank mal Ruhe. Noch. Was wünscht ihr? Gebäude wurde errichtet. Auf geht's. Und ja, die nächste Defense. Eigentlich ist die Defense da gut. Weil sie kommen ja hier vorbei. Wenn man vom Teufel redet. Kommen sie da schon. Gebäude wurde errichtet. Verfügt über mich. An die Arbeit. Ja, wird sofort erledigt. Aber es sind nur zwei ein Exekutor. Und ein Hexenmeister. Gut. Und wir haben noch genug, um noch zwei Kleriker auszubilden. Gebäude wurde errichtet. Gebäude wurde errichtet. Hier bin ich. An die Arbeit. So. Jawohl. Alles klar. Marschbefehl. Marschbefehl. Gebäude wurde errichtet. Bleibt standhaft. Wir sind bereit. Auf eilenden Schwingen. Feinkontakt. Auf eilenden Schwingen. Das ist ein Hinterhalt. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Gebäude wurde errichtet. So, sehr gut. Vorsicht, Gegner. Das heißt, wir können hier eine Schmelze errichten. Hierin schütze uns. Linien müssen halten. An die Arbeit. Ihr habt gerufen. Sie schlagen zu. Oh, der hat er schmelzt. Eine Mine. Und dann können wir hier abbauen. Wir sind bereit. Auf eilenden Schwingen. Mir nach. Vorwärts. So. Ein Steinbruch. Eine Mine. Ärmel hoch und los. Und los. Schon auf dem Weg. Da kommen sie nämlich schon wieder. Gebäude wurde errichtet. Ja, wenn ich noch fünf Paladin und fünf Scharfschützen habe. Was jetzt ja schnell gehen dürfte, da wir zusätzlich... Und ich habe sie schon wieder falsch gebaut, die Schmelze. Dann dringen wir mal weiter vor. Dann dringen wir mal weiter vor. Ja. 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 Ich habe hier noch nicht. Ja. Ja. Und da richten weiter vorne eine Defense Line. Tja, Holz ist Sense. Ich könnte dann nachher hier oben einen Förster errichten, der für die Holzfäller hier Holz macht. Oder ich errichte halt schnell die nötigen Gebäude. Und dann werde ich eine ganz schöne Menge an Fernkämpfern. Von den Elfen ausbilden, also Fernkämpfer und Heiler. Also gut, Scharfschützen eigentlich auch sind, Windschützinnen und Wanderinnen sind besser. Kann man nicht leugnen, dass die Elfen eigentlich die stärksten Fernkämpfer haben. Gebt das Zeichen! Bereit für den Kampf! Ihr habt gerufen! Dann schenke uns günstigen Wind! Oh ja, jetzt läuft es auf jeden Fall besser. Jetzt wo wir erstens nicht mehr so stark angegriffen werden. Und zweitens Zugriff auf mehr Eisen haben. Also ja, ich lasse die beiden simultan laufen, aber... Oh, ein Uroch-Champion. Das heißt, die Urochs da oben sind auch noch nicht fertig mit uns. Einsatzbereit! Äh, hups. Erwarte Befehle! So. Erwarte euer Kommando! Ihr habt gerufen... Auf eilenden Schwingen! Vorwärts! Zum Angriff! Mir nach! Und los! Ja, bin unterwegs! So, das heißt, wir stoßen weiter vor. Da gibt's ein bisschen Aria und einen Typ namens Keram. Wir sind bereit! Okay, da hat der Feind Gebäude. Ein Mensch hier allein? Bleibt fort! Kommt mir nicht zu nahe! Okay. Dann los! Habe verstanden! Wir sind bereit! Sind bereit! In der Luft! Ja! Bin unterwegs! Sie haben es auf uns abgesehen! Das heißt, ihr fünf errichtet hier mal... Hierin schütze uns! Fangt ihr hier an, die Fetz zu errichten? Wir müssen wieder in den defensiven Personen richten. Der Greif wartet schon. Hierin schenke uns günstigen Wind! Wir sind bereits in der Luft! Sind bereits in der Luft! Das feelflight wie eine Hand ist!